Nichts gesagt. Ja, auch bestimmt mal Heizmaullaber keine Scheiße. Heizmaullaber keine Scheiße. So, Gott, gesagt, hast du so angesagt. Ein Cookie-Glas. Du kannst die Kekse da reinschmeißen. Na, sicher. Hab ich. Jetzt haben wir ein Glas mit Keksen drin. Heizmaullaber keine Kekse. Guck dir das mal an, das sieht geil aus. Ich weiß, ich kenne das schon von ME3. Haben wir das auch gehabt? Also, by the way? Ja, keine Ahnung, weil das nicht mehr. Wirklich nicht. Das hat jeder von uns immer. Jeder von uns hat ein Cookie-Glas. Tot, Lars. Ich mach mal die Vanille-Disk wieder rein. Dann kann ich ein bisschen abbauen gehen. Das hat er sortiert. Stimmt ja. Moment. Ich guck mal, was gibt es diesen Mod hier drin? Computer. Schade. Computer, schade. Kein Computer-Craft. Habe ich dir auch sagen können. Wir haben da Endio hier drin. Ja. Endio. Endio. Da gibt es das... Wo ist es denn da? Den Power-Monitor. Den kann man so einstellen. Aber der kostet ein bisschen. Wie war das? Wir brauchten... Conquest. Abyss-Stone? Oder brauchen wir das nicht mehr? Nee, ich glaub, das brauchen wir nicht. Das hab ich da unten gefunden in einem Raum damals. Ja, das war zu Anfang, ne? Mhm. Warte mal, wir haben... Warte mal, hatte sich Mainz eigentlich noch mal abgegradet mit einem Modifier mehr drauf? Weil Lapis haben wir ja, dann hau ich nämlich noch Lack auf meine Spitzsacke. X-Spoint hier. Och nö, schade. X-Spoint da. Ahahahahaha. Heu nicht rum. Hä? Heu nicht rum. Dann lass ich die noch ein bisschen leavenen. Musste ja bald kommen, noch ein... Schöner, wenn du Schiff draufhälst. Hä? Wenn du Schiff draufhälst, steht doch der die XP. Ja, ich weiß. Ich mag nur, das müssen... Sollte ja eigentlich als nächstes kommen, dass ich noch ein Modifier aufgriff machen kann. Das mein ich. Reaktor-Controller... Alter, Code-Cop. Zombie, hallo, Zombie, stirb. Reiz zum Baul, erinnere mich, ich hab dich nicht angeguckt. Ich hab den echt nicht angeguckt, der schreit rum. So ein Mist, Drecksvieh. Fuck. Kann man so Langeweile haben und das zu random platzieren? Weiß er nicht. Ich glaub, der hat den Command-Block genommen und das dann dementsprechend geschrieben, das Programm. Da auch. Wenn man eine Ahnung davon hat, ist eigentlich nicht schwer. Mom, 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 mom. Halt den Maul, Zombie. Ich hab dir nix getan. Halt die Maul für dich. Halt die Maul für dich. So. Eimer. Haben irgendwie eben noch Eimer, Buckets, Buckets. Hatten wir noch Silien? Äh, nö. Ich glaube nur noch ein oder zwei. Das war's. Ich bräuchte auch nur ein. Kann man zum Heil machen. Hier ist noch, hier oben in der obersten Kiste da. Äh. Ah, so viel Stück. Ey, das ist komplett alles voll. Wie schnell hat er denn das Zeug voll gesorgt? Hm. Boah, jetzt geht das bei mir los, oder wie? Ja, hast du verdient manchmal. Nein, hab ich nicht. Oh, das kam gerade ein Leck. Lebst du noch? Hä? Ich sag, lebst du noch? Ja. Noch da. Okay. Du alter Lutscher. Wenn das denn der öffnet, schlisse ich jetzt mal ein paar Programme. Die im Hintergrund laufen, was nervt. Nein. Lass du da eh mal im Hintergrund laufen. Hä? Lass du eh Programme mal im Hintergrund laufen. Ja, aber einige, die gar nicht laufen, brauchen. Lass mal nicht damit. Das kann jetzt gar ernsthaft sein, dass ich ein Leben verliere, ne? Wieso? Wenn ich aber in den Reaktor reinfalle, ist Feierabend. Das sollst du aber nicht reinfallen. Kann aber passieren. Nein. Nicht drüber fliegen. Ne? 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 hier friert alles ein sag mal so wir haben ganz schön viele knochen ne ja auch mal craften zu not haben wirklich viele knochen und ganz schön viel müll was da eigentlich gar nicht braucht was eigentlich weg gepführt werden kann kann aber nie muss da aber keiner lust dazu hat Oder? Neinennennennennennennennennennennennennennennennenn Mein Gott ey ja Bis wieder raus? Na sicher, ich hab da eine in der Spitzhackel Boah, ist das nervig ey Ich hätt' dich da ganz schnell rausgeholt Ja das ist extrem scheiße, das Zeug da reinzukippen Sorry Leute, aber das ist trotzdem scheiße. Deswegen würde ich ihn einfach mal ganz schnell raushunnen. Sag nicht, das schließt schon wieder. Nein. Was ist das für die Scheiße jetzt? Ah, die Feuer auch. Ja, aber gleich hinterher wieder? Ja, Minecraft mag dich halt nicht. Oh, da hat Minecraft ne Macke, ja. Mal vor, waren die Probleme ja nur bei dir, nicht bei mir. Ja, jetzt habe ich sie übertragen, jetzt will ich sie ja nicht mehr. Ach, das stimmt aber immer. Ich brauche da immer einen Block in der Mitte. Oh, da schließt du Minecraft immer komplett oder stattdessen sofort wieder neu? Ich schließt das komplett. Okay. Komisch. Oh, hat gesagt, er schließt das komplett von Babes. Ja, und den Launcher schließt du dann auch, ne? Der wird geschlossen, wenn ich das Spiel starte. Habe ich so eingestellt. Hi, I am Minecraft. And I am Crashaholic. Right oben bei Crash Report & Fight. Okay. Ja. Aber das sind immer noch die gleichen Dinge. Wahrscheinlich wieder irgendein Mod. Ja, aber nur welcher. Keine Ahnung. Schließ ich nicht. Wir könnten auch so effizienter bauen, wenn wir in der Eischicht noch eine Diamantschicht drumherum bauen. Hm. Das ist ganz schön jetzt. Das ist Effekt Sense. Nicht weit. Nee, der wird zwischen noch die ganze Grafit-Bachen zwischengepacken. Nicht weit. Das ist total verhindert. Vor allem, wir können Material verschwenden. Jo, wirklich. Natürlich. Dann, 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 dann. Nein, des Okes. So, ich kann zum nächsten Mal schauen. Ich kann das jetzt einen Prozessinessbruch reparieren. Doeあの aus welchen Geräten. Das ist nicht ein Bekäftes Zeug. 1 2 3 einmal 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 ach so ja stimmt ja mit absilien reparieren dabei muss ich sie mit energie voll machen nein 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 ciao minecraft habt ihr ja noch mit diesen anderen teil abgebildet deswegen liebt sie sich jetzt auch auf die spitzsacke okay irgendwie geht das mit der kartoffel nämlich gar nicht self-appear brah 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 dämlicher zambi deutsch spitzsacke nein was ich wieder geladen habe ich drücke mal wenn ich werde lauter starte so automatisch auf infinity was das behindert 90 prozent von minecraft display ist black screen content strecken mach doch instant also nein 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 das mache ich nicht wieso nicht schließt doch soo schließt doch soo schließt aber soo wo kommst du trägst du denn jetzt her aus deinem po oho ich will grad was essen es kommt auf steine pappes 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 sei nicht so aggressiv und haben wir beide beef tolle spitzsacke hier unten ich bin mal ganz runtergegangen grad woher gesagt ich wurde runtergekickt och du armer ich habe aber mitleid mit dir nein ich wollte generell nach unten ich habe aber mitleid mit dir ich wollte generell nach unten und die bags kam mir ja ich gehe wechs die ich gefunden hab ja genau dir alles was denn nimm alles ja was war denn bei dir in der vorletzten Aufnahme jaaaa das sind nur zufalls meine bags meine bags ja was kann ich dafür wenn die in der wende auftauchen ja schön soll ich dann soll ich ein pack mit dir teilen wenn ich das danach geöffnet habe was kann ich denn dafür wenn ich das hier unten finde hier da findest du bestimmt 3,4 die kannst doch teilen nein nö na sicher die kannst doch super teilen nö das waren nur basic bags salut ach hier ist deine maschine dann geht wieder in der wand oder weißt du alles andere geht weg redstone und sowas aber die beiden maschinen die bleiben immer stehen generell die maschine ja da müsste unten ja noch die pumpe stehen ja okay ich hab grad was gefunden ganz unten was denn eigentlich den sinn des lebens und oben hier ist auch zum teil zum unterporten und hochwerten kann das sein dass das ding generell im boden drin steckt das kann natürlich sein in jedem leben würde ich das jetzt nicht sagen das ist im boden ja kann schon sein aber es ist ich würde nicht sagen ist es in jedem doch dann ja auch tschüss mein kopf auch verlassen musst du mal gucken ich hab da keine zeit für keine zeit dafür ich verarschen er sagt der urlauber keine zeit dafür und den ich schon wieder also mein kopf hat eindeutig probleme mit irgendwas zum laden das ist ja nicht mehr normal das hört der mann ja nicht mehr aus da ja mein kopf mein kopf mein kopf das geht ja immer zu mein kopf mein kopf juhu 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 mein kopf mein kopf ich habe in einen knall das ist ja nicht mehr so behindert lol alles klar Bipop Bipop mach erst bei den Roboter haben wir Jabba drauf? Jabba? ja, Jabba keine Ahnung kann sein Schau mal nach Du bist gerade wieder rausgeflogen. Ja klar. Ah, bin ich gerade rausgeflogen, du Weihnachtsflocke, du. Sei ruhig, du Hodenkopf. Du Hodenfrosch. Oder ist das vielleicht... Einfach das Mopek? Nee, nee, nee. Das liegt lange. Oder ist das vielleicht Optifine? Das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich mal... Ich weiß auch nicht, warum du das immer drin hast. Warum? Für dich natürlich Optifine ist das Beste nur vom Besten. Es verändert null. Bei mir. Ich schmeiß das keine raus. Du willst gerade springen über so eine Klippe, ne? Weil du denkst, okay, es passiert nichts. Und dann kommt einfach, bam, schließt sich mein Kopf. Das ist ein Fehler, das ist Optifine. Und wer hat die Optifine draufgepackt? Hä? Hä? Ähm, warte mal, Video-Settings. Tankloading auf Multicore-Stellen. Video-Settings auf. Ähm... Muss ich das einstellen? I have seen... Blablabla. Genau, im Render-System. Mein Englisch ist ja eh viel nach. Wo soll ich das machen? Video-Settings. Ja, und dann? Und dann steht der Shunk-Bloat-System. Oh. Mein Kopf ist, glaube ich, auch abgeschmiert. Ähm... Haben Sie bitte ein Geduld. Ihr wartende Leitung wird gehalten. Please hold the line. Haben Sie bitte etwas noch Geduld. Der nächste frei verfügbarer Mitarbeiter für Sie gleich erreichbar. Please hold the line. Keine Rückmeldung. Stop! Die Werte gilt. Pupf. Hey, wenn man das auf Multicore stellt. Ja. Ich will mich doch verlegen. Oh. Jetzt ist... Ernsthaft lädt jetzt wegen dir Minecraft? Oh. Nee, eigentlich dürfte der nicht ganz weit laden. Deswegen. Also, aber mal ganz durch. Ja, ich... Alter, ich mach das Programm schließen. Ich schmeiß das Optifine runter. Das Programm ist doch kacke. Mods. Modpack bearbeiten. Wo ist Optifine? Tschüss. Bei dir liegt das immer gleich sofort wirklich an Optifine. Ja, brauche ich eh nicht. So. Ciao. Brauch kein Mensch. Bei dem wird dir das stößt so, ja. Egal. Wenn es abstößt, dann sei auch was. Es liegt immer noch an Optifine, weil irgendein Teil drin ist. Du bist so behindert. Ich weiß. Flash. Behindert. Mein Name. Mein Name. hat er gleich wieder aufstehen mein kopf einmal aktualisieren eigentlich müsst ihr das bild bearbeiten bitte please hold the line wie bei vorne please stand by ich weiß wie viel du da bearbeiten musst allein für die drei stunden vom letzten mal dreieinhalb stunden abgestützt oder jetzt allein bei dir schon nach eine minute 30 oder nach 30 sekunden so klar kann so das bild dann ändern ich glaube das mache ich mal kann ich auch zähne wechseln einfach optifine connected texture ist es ich mag aber connected texture wegen dem glas wegen dem glas ja aber ich hätte damals auch nie optifine drauf bei wie steht das ewig selbst ohne texture speck speck ich will aber nur ich bin aber nur ein netter mensch möchte niemand augenkrebs hervorrufen lassen wir kennen doch nicht mal das original mein kopf standard textur weil die alle immer so verfecks 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 drin egal will ich schreiben echt das liegt an optifine na leht bei mir erstmal